Hey Leute und willkommen zu diesem Erklärvideo zu meinen Kanalmitgliedschaften, denn ich habe da ein neues Kanalmitgliedschaftssystem, ein paar neue Änderungen, dies, das, unbedingt dranbleiben, dann erfahrt ihr alles zu den Kanalmitgliedschaften. Außerdem trage ich neuen Merch, denn ich habe zusammen mit Jan einen Merch an den Start gebracht, Insider Merch, wir haben uns da ein bisschen was überlegt, haben da ein bisschen was designt, so sieht zum Beispiel ein T-Shirt aus, ich habe auch noch ein anderes hier und werde mir auch noch ein paar andere bestellen. Denn sobald die eben da sind und das könnt auch ihr machen, falls ihr den Merch noch nicht kennt, beziehungsweise ihr euch damit noch nicht befasst habt, könnt ihr mal rechts oben hier vorbeischauen, da habe ich ein kurzes Video zusammen mit Jan geredet, wo wir das alles grob vorstellen. Wenn ihr das schon kennt und euch jetzt hier informieren wollt zu der Kanalmitgliedschaft, denn da kriegt ihr auch Vorteile in Bezug auf den Merch, den ihr dann kauft, dann bleibt auf jeden Fall hier dran. Ich werde versuchen hier komprimiert zu erklären, was die Kanalmitgliedschaft alles ist und was sie beinhaltet für Vorteile für euch und natürlich auch für mich. An sich ist das Ganze natürlich absolut freiwillig, ihr könnt mich auch gerne kostenlos unterstützen, wer mich allerdings so unterstützen will, kann das auch gerne tun, würde ich mich echt drüber freuen. Ich biete relativ viel sogar auf meinem Kanal für die Mitglieder, wobei ich davon ausgehen muss, dass nicht so viele Leute Mitglied werden auf meinem Kanal. Deswegen würde ich mich umso mehr freuen, wenn genau du ein Mitglied auf meinem Kanal wärst, dann kann ich mich echt super mit dir beschäftigen und befassen und dann kriegst du ordentlich geile Vorteile hier, exklusiv als Mitglied, was nicht alles geht. Die ganze Mitgliedschaft ist ein monatlicher Geldbetrag, den ihr an mich bezahlt, damit unterstütze ich mich natürlich absolut, ich kann neue Projekte an den Start bringen, dies, das und ich freue mich natürlich über eure Unterstützung und ihr erhaltet dafür einige Vorteile. Die Mitgliedschaft kann natürlich aber auch jederzeit gekündigt werden, also die muss nicht über 20 Monate laufen, sondern jederzeit kannst du die einfach kündigen und dann ist es vorbei. Früher war es immer so, dass es nur eine Mitgliedschaft gibt, jetzt habe ich ganze drei Mitgliedschaften an den Start gebracht. Einfach ein bisschen zum Ausgleich für die, die mich wirklich mega unterstützen wollen, für die, die mich ein bisschen unterstützen wollen und für die, die mich halt nur klein unterstützen wollen. Je nachdem, was auch euer Budget natürlich sagt, wenn ihr jetzt noch jung seid und könnt da nicht irgendwie 5 Euro, wie es sie früher war, die Mitgliedschaft ausgeben im Monat, dann gibt es jetzt auch eine andere Variante. Damit fangen wir nämlich an, ich habe die erste Variante hier für 1,99. Das ist eine Variante für die Leute eben, die sagen, hey, ich würde dich echt super, super gerne unterstützen, aber ich habe nicht so viel Geld, dass ich 4,99 jeden Monat da bezahle. Das ist eine Möglichkeit, 1,99 ist eine super Sache. Mit dieser Mitgliedschaft erhaltet ihr natürlich die Logos, die neben eurem Namen stehen. Das macht euch einfach auffälliger im Stream und bla bla bla. Auch in den Kommentaren sehe ich dann direkt, okay, der ist Mitglied und so und dann fällt das einfach ein bisschen mehr auf, Aufmerksamkeit. Kann man auch immer mal wieder gebrauchen. Und das sind so Beispiellogos, die ihr bekommen könnt. Wie die genaue Aufteilung ist, ab wann ihr welches Logo bekommt, das kann ich noch nicht genau sagen, denn wir wollen auch ein paar neue Logos machen. Wie zum Beispiel diese hier, die ihr eben gerade gesehen habt, zum Merchandise. Und da weiß ich noch nicht genau, ab wann dann die Merchandise-Logos erhältlich sind. Da ich das natürlich auch mit Jan abgleichen muss, dass wir da zum Merchandise auf jeden Fall immer die gleichen Angebote haben. Nur die anderen Vorteile, die weichen ein bisschen voneinander ab. Auf jeden Fall bekommt ihr das erste Logo, sobald ihr die Mitgliedschaft abschließt und desto länger ihr dabei seid, desto cooleres Logo bekommt ihr eben. Und wie gesagt, die Anordnung, die seht ihr dann, wenn ihr einfach auf Mitglied werden drückt. Ein weiterer Punkt, der natürlich mit Jan auch gleich ist, ist, ihr bekommt bei der 1,99 Mitgliedschaft 5% Rabatt on top auf den Merch. Ja, auf diesen Merch 5% on top heißt, wenn es keinen Rabatt aktuell gibt für alle, dann kriegen die Mitglieder trotzdem 5% auf alles. Und wenn es einen Rabatt gibt, wie zum Beispiel jetzt, wo alle, die eine erste Woche bestellen, 10% bekommen, bekommen die Mitglieder natürlich dann 5% on top, heißt 15% Rabatt. Dadurch spart ihr euch auch nochmal enorm Geld, wenn ihr euch ein bisschen Merch kaufen wollt. Die Mitgliedschaft für 1,99 ist eben nicht teuer und ihr könnt euch durch den Rabatt einige sparen, also ist auf jeden Fall lohnenswert. Und noch ein weiterer Vorteil für euch ist, wenn ihr diese Mitgliedschaft abschließt, dass ihr als Mitglied das monatliche Best-of schon 3 Tage früher erhaltet. Ja, es gibt wieder ein monatliches Best-of zum August jetzt, das wird jetzt die Tage irgendwann online kommen und die Mitglieder bekommen es 3 Tage, bevor es alle anderen sehen. Und eben auch ihr. Das war die erste Mitgliedschaft. Die zweite Mitgliedschaft heißt gute Unterstützung, das hilft mir nämlich schon enorm weiter, wenn ihr diesen Beitrag zahlt. Das ist nämlich die Standard-Mitgliedschaft von 4,99, ja. Und bei dieser Mitgliedschaft erhaltet ihr natürlich auch die Vorteile von der 1,99-Mitgliedschaft, also die Logos 5% und eben das monatliche Best-of 3 Tage vorher. Und zusätzlich darauf erhaltet ihr noch folgende Vorteile. Alle, die diese Mitgliedschaft abgeschlossen haben, kriegen nicht nur 5% on top, sondern nochmal 5% drauf, heißt 10% on top. Das heißt, wenn es wieder keinen allgemeinen Rabatt-Code gibt, erhalten die Mitglieder trotzdem 10%. Und wenn es gerade so wie jetzt in der ersten Woche 10% Rabatt für alle Leute gibt, erhalten die Mitglieder on top 10, heißt sie erhalten 20% Rabatt auf den Merchandise. Und 20% Leute, das ist schon echt viel. Also für 4,99 kann man da auf jeden Fall nichts falsch machen, vor allem wenn man auch noch Vorteile drin hat, wie private Discord-Gespräche, ja. Ihr könnt euch bei mir einfach melden und sagen, hey, ich möchte mal über das, über das, über das sprechen, können wir nicht mal irgendwie eine halbe Stunde, ähm, wann auch immer mal eine Runde quatschen, ja. Und dann werde ich sagen, ja, klappt an dem Termin oder ich schlage euch halt einen anderen Termin vor. Muss nicht sein, dass ich immer Zeit habe, ist ja auch logisch, aber ich schlage euch auf jeden Fall einen anderen Termin vor. Und wir werden dann ein privates Discord-Gespräch führen, wo wir einfach ein bisschen quatschen über die Themen, die genau dich jetzt hier interessieren. Das werde ich auf jeden Fall anbieten. Ich kann das nicht für jeden anbieten, das ist logisch, weil dann viel zu viele Leute mit mir quatschen wollen würden, aber für die Mitglieder auf jeden Fall. Und außerdem wird noch ein extra Video für diese Mitglieder kommen. Das wird nie veröffentlicht, sondern das kommt immer für die Mitglieder, die diese oder die nächsthöhere Mitgliedschaft abschließen. Und zwar einen monatlichen Upload-Plan plus Ziele-Plan, ja. Ich habe natürlich immer Ambitionen, ich habe natürlich immer Ziele. Jeden Monat will ich irgendwas Besonderes erreichen und habe irgendwas vor auf meinem Kanal. Und das werde ich mit euch teilen. Ich werde euch ein bisschen eine Art Upload-Plan geben. Ich habe natürlich jetzt nicht so einen strikten Plan, wie es vielleicht manche andere YouTuber haben. Aber ich werde euch so eine Art Upload-Plan geben, was ich in nächster Zeit vorhabe zu bringen und wann ungefähr. Und dann halt, was so meine Ziele für diesen Monat sind. Und das wird es jeden Monat dann geben. Und da werde ich dann auch ein bisschen über die alten Ziele quatschen vom letzten Monat, was ich da so erreicht habe und was ich erreichen wollte. Und immer so weiter, immer so fort. Und das gibt es dann exklusiv für die Mitglieder ab dieser Mitgliedschaftsstufe. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Mitgliedschaftsstufe von der besten Unterstützung. Natürlich sind hier wieder alle Vorteile von den anderen schon mit drin. Heißt die Logos, monatliches Best-of schon drei Tage vorab. Private Discord-Gespräche, Upload-Plan plus Ziele-Plan. Das ist alles hier mit drin. Plus zusätzlich natürlich noch der Merchandise-Kabatt. Und hier haben wir nochmal 5% oben drauf. Also wer wirklich viel einkaufen will, ja, ein Das-darf-so-nicht-T-Shirt, ein Mix-T-Shirt von Formel 1 oder was auch immer. Dann noch ein Pulli und noch eine Tasse und was weiß ich. Der ist mit dieser Mitgliedschaft auf jeden Fall ordentlich am Start. Vor allem jetzt in der ersten Woche. Denn ihr erhaltet immer, immer, egal was ist, 15% Rabatt. Und in dieser ersten Woche erhaltet ihr natürlich dann 10% plus 15, 25% Rabatt. Und 25% Rabatt, vor allem wenn ihr mehr Sachen bestellt, ist schon extrem, extrem nice. Und deswegen für Leute, die wirklich vorhaben einiges zu bestellen, ist das auf jeden Fall schon mal richtig, richtig cool. Und dann haben wir noch andere Vorteile. Natürlich, wie gesagt, die anderen Vorteile mit inbegriffen. Aber ich werde mit diesen Mitgliedern, wenn es denn welche gibt, die diese Mitgliedschaft abschließen, ja, werde ich mit diesen Mitgliedern zusammen in Videos und Livestreams zocken, ja. Ich werde mir Events überlegen. Natürlich zocke ich jetzt nicht einfach random irgendwie. Sondern ich werde mir Events überlegen. Zum Beispiel eine Bundesliga-Prognose, eine DFB-Pokal-Prognose oder was auch immer. Oder in F1 eine Trainingsfahrt oder was auch immer ich vorhabe, werde ich Events mir überlegen, die regelmäßig kommen und werde dann eben Mitglieder hier einladen und sagen, hey, hast du nicht Bock, dann und dann mitzuzocken, mit Livestreamen, ein Video aufzunehmen oder so. Und natürlich geht das dann auch über Discord, ja. Wenn die Person natürlich scheiße macht und das irgendwie schlecht ausnutzen will, dann, das geht natürlich nicht, das lasse ich natürlich nicht zu. Aber wenn ihr darauf Bock habt und das cool macht, dann wäre das auf jeden Fall eine super Sache. Dann könnt ihr mit Discord, müsst mit mir quatschen und dann solche Events eben mit mir aufnehmen oder Livestreamen. Das wäre extrem, extrem nice. Und dann gibt es noch einen Vorteil und den werden sich ganz, ganz viele Leute wünschen und das werden einige feiern. Denn mich fragen immer wieder Leute, kannst du mich nicht im nächsten Video grüßen? Kannst du mich nicht hier grüßen und da meinen Namen sagen und hier und so? Und ich würde das auch gern machen, ihr wisst es. Ich bin jemand, der wirklich auf seine Zuschauer hört und versucht einiges umzusetzen. Aber Leute, das fragen mich so, so viele, dass es einfach nicht machbar ist. Dann würde ich ja in jedem Video hier 20, 30 Leute grüßen und das ist einfach dann nicht mehr cool. Was cool ist, bei dieser Mitgliedschaft ist es quasi mit einbegriffen, ja. Ich werde natürlich nicht random irgendwelche Leute jetzt grüßen oder so. Aber wenn ihr diese Mitgliedschaft habt und eben sagt, okay, ich habe hier ein Video gemacht über dich zum Beispiel oder ich habe ein Video mit dir gemacht. Ihr könnt ja eben bei dieser Mitgliedschaft auch mit mir zocken und so. Kannst du mich nicht irgendwie namentlich erwähnen oder grüßen oder so? Oder kannst du nicht den und den mal erwähnen oder was auch immer? Oder irgendwie solche Gründe. Natürlich nicht random, dass du einfach in die Mitgliedschaft abstimmst, oh kannst du mich grüßen? Ja, kommt drauf an. Es muss schon einen Grund haben, dass es Sinn macht. Aber sofern es Sinn macht und ich glaube, dass es fast immer Sinn macht, dann jemanden zu grüßen oder seinen YouTube-Kanal zu nennen oder was auch immer, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Und da müsst ihr es einfach mal bei mir anfragen und dann läuft das schon. So, das waren jetzt die drei Mitgliedschaftsstufen. Ich hoffe, ich konnte sie euch näher bringen. Ihr könnt euch die ganzen Sachen natürlich auch noch durchlesen. Wenn ihr auf Mitglied werden drückt, kann man erstmal die ganzen Sachen durchlesen und dann könnt ihr mal gucken, wie weit euch das anspricht, wie weit euch das interessiert und könnt euch dann für eine der drei entscheiden. Ich würde mich freuen, euch bald als Mitglied zu begrüßen, dass ich ein paar Mitglieder auf meinem Kanal habe und da auch coole Sachen mit denen zusammen machen kann. Und natürlich, falls ihr eine Merge haben wollt, ist das auch ein gutes Angebot, dass es da extra Rabatte gibt. Wenn man dann Bock drauf hat, kann man das auf jeden Fall machen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Das meinte, falls euch gefallen hat und hau rein. Bis dahin, ciao, ciao. .